Ja, moin sehen zusammen und herzlich willkommen zurück im nächsten Part mit dem Demon Hunter und ihr seht es, wir sind mal auf Tank gewechselt, einfach mal wieder um reinzukommen und ein bisschen dabei wieder zu spielen. Und ja, wir fliegen jetzt mal, mit dem Drachen dachte ich, aber erstmal müssen wir die Sachen abgeben, was wir letztes Mal gemacht haben und gucken mal, was wir jetzt hier bekommen. Erstmal richtig hinsetzen, ich dachte, das hätte ich schon gemacht, aber naja, gut. Augenscheinlich waren die Portale, die wir hier zerstört haben, nicht die einzigen ihrer Art. Von oberhalb der Pforte der Tapferkeit dringen weitere Dämonen ein, beschworen vom Gottkönig selbst. Skobald kann ich allein nicht besiegen, kommt mit mir, Champion, lasst uns den Kampf mit ihm aufnehmen und diese Bedrohung ein für alle Mal beenden. Für Sturmheim, ja, sind wir dabei. Fliege mich, achso, ich muss erstmal wieder, wahrscheinlich, bringt mich hoch, so, fliege mich hoch. Flug, 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 geil. Lasst uns Skobald Schärf mir ein Ende setzen, eins für alle Mal. Da hast du recht, das hat Zubber auch mir schon eben gesagt. Das Ding, ne, das Ding, als Mount, das wäre so geil. Ich glaube, das kriegst du mal irgendwie, hat man, ne, als Gladiator oder irgendwie sowas. Oh, wäre das nice, Alter. Oh, geil. Ich finde die richtig cool gemacht, Mann. So, da, guck mal, der läuft da schon rum. Hä? Wo ist denn der hin? Ach, da ist noch jemand. Der kämpft schon. Der haut jetzt ab, oder was? Jetzt sag nicht, dass das für mich zählt. Das zählt doch jetzt nicht für mich. Dass das fertig ist, oder? Hallo? Ich möchte das dann alleine machen. Hau bloß ab hier, Paladin. Hau mal bloß ab, ey. Ich würde das dann doch schon gerne alleine machen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, hat nichts gezählt. Wir müssen den immer noch besiegen. Oh, oh, oh. So, was geht ab? Was geht ab? Hä, hä, hä? Keiner da? Will wohl keiner da. Kommt das nicht. Nee, das ist unser Kumpel. Jo, dann würde ich sagen, chillen hier ein bisschen, ne? Hat jemand was dabei? Können wir nochmal einen durch... Einer rauchen. Nur normale rauchen. So. Junge, 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 Junge. Toll. Schön hier, ne? Gucken wir mal auf der anderen Seite. Hm. Ja. Resettet der jetzt? Weil es ja an sich für alle möglich wäre, hier zu fighten. Mann. Da ist er! Oh, hi, mein Hübscher. So, gucken wir doch mal, was hier abgeht. Äh, warte, 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 warte. Jetzt habe ich schon wieder alles vergessen, ne? Ähm. Das kann ich die ganze Zeit ballern, ne? Wenn ich das die ganze Zeit ballern kann, möchte ich das auf 5 haben. Das ist irgendwie bei mir drin, ne? So, gucken wir doch mal. Jawohl. Damit kann ich hier Sachen aufbauen. Genau. Das können wir setzen. Das können wir in rein... Ah, ja, alles klar. Und da können wir unsere Seelenfragmente wieder einsammeln. Okay, ich weiß Bescheid. So, wir müssen jetzt da hin. Die kaputt machen. Komm mit, komm mit, mein Hübscher, komm mit. Ach, da sind sie schon. Ja, hi. Ballern unsere Sachen rein heute, ne? Nur heute. Sonst haben wir das nicht. Boah, man sieht nicht, du bist viel zu groß, Digga. Du bist einfach viel zu groß. So, normalerweise geht man auch von den Kugeln hier weg. Aber ich denke mir so, lol. Scheiß drauf. So, Hündchen. Ja, die können wir auch nochmal wegballern. Ach ja, hier, unsere Rune ist wieder fertig. Was, Jungs? Ist schon nice, ne? Ist schon was ganz anderes, ne? Muss man ja zugeben als... Ähm, 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 als DD. Ja? Ist schon echt heavy. Äh, gefällt mir auch. Äh, teilweise sogar ein bisschen besser. Aber, ich muss eben sagen, bevor ich gewechselt habe, dachte ich mir schon, na, mach doch mal nochmal DD oder so. Boah, Stufenaufstück. Aber, ich hatte einfach zu viel Bock, jetzt nochmal mit dem Tank rumzueiern. Ist so, es macht einfach Spaß. So, aber DD macht auch Spaß. Es ist nur, ähm, ungewohnt. Aber das kriegen wir auch schon, ne? Wenn jetzt immer hin und her wechseln, so wo ich Bock habe, wie ich Bock habe, das hatte ich ja schon erwähnt. Von daher. Ey, wir mussten noch nicht mal ein Defizit hier ziehen machen. Geil! Aber wir machen halt auch keinen Schaden. Das ist das andere Problem, ne? So, hier, meine Kügelchen. So, komme zu mir. Ah, das war schon. Okay. So, erzählst noch was? Hallo. Ägis wird mir gehören. Bisschen leise. Und ihr könnt nichts sagen. Ihr bleibt nichts zu tun, Champion. Kehren wir zur Harvey zurück. Jo, das machen wir. Zum Kumpel Harvey. Junge, Junge, Junge. Ich stehe euch zur Seite. Mensch, dann haben wir mit 105, ja, das komplette Gebiet fertig. Würde ich mal sagen. So, ich hatte gehofft eigentlich, dass er mir jetzt ein bisschen was erzählt. Aber, dann sind wir mit dem Gebiet fertig. Krass. Dann würde ich sagen, machen wir einfach noch mal ein bisschen Sachen machen. Dalaran ein bisschen rumlaufen. Toll. Nein. Klassenhalle und sowas. Müssen wir ja auch alles fertig haben. Fürs nächste Mal. Denn nächstes Mal ist dann der Dungeon dran. Junge. Hatte ich es nicht gesagt? Hatte ich es nicht gesagt? So, was haben wir denn hier? 753. Boah. Nehmen wir das, Alter. Da kommen wir jetzt ja ordentlich hoch. Ja, da ist Erfolg. Da ist der Erfolg. Äh, was müssen wir machen? Sieg den Gottkönig. Ja. Alles klar. Nehmen wir an. Heißer. Äh, äh. Ja. Sind wir. Da ist er. Betretet die Hallen der Tapferkeit, Champion. Dort wartet Rom jenseits eurer Vorstellung. Nice. Geil. Freue ich mich schon drauf, Digga. Wo der Hallen der Tapferkeit einer der räuligsten Dungeons ist, die wir hier in Dijen haben. Ganz besonders, äh, allein schon, weil es einfach so Ewigkeiten dauert. Und weil es die Mythisch Plus einfach so richtig räulig ist. Es ist einfach nur nicht schön. Ne? Es ist, es ist nicht schön. So. Das habt ihr jetzt davon. Das habe ich jetzt gesagt. Fertig jetzt. So. Hier siehst du die ganze Mission ploppen auf, dass wir die fertig haben. Die müssen wir jetzt erstmal abgeben. Ähm. Mit Mount springt er natürlich nicht runter, also vom Mount und dann gleitet er. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Ja. Ja. Die Plays mit dem Demon Hunter, ey. Junge, 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 Junge. Sind wir schon gut, ey. Wir sind schon gut. Ich wollte schon wieder nach vorne chargen. Ich vergesse das jedes Mal wieder, wenn wir wechseln. Ich glaube, das wird mir nochmal irgendwann zum Verhängnis. So. Äh. Demon Hallen, Klasse. Demon Hunter. So. Jetzt haben wir es. Äh. Klassengedöns. Ich habe keine Ahnung wieder. Also in der Mitte hoffe ich doch. Ja. Das ist das, das Brett. Äh. So. Abgeben. Was haben wir? Oh yeah. Artefakt macht. Ähm. Puschen wir unsere. Wartet. Puschen wir unsere Leute? Nö. Wir nehmen erstmal hier. Wir brauchen ja. Wir müssen ja zwei Waffen fertig haben. Das heißt, wir machen das mal so. Und jetzt geht es nach Asuna, Leute. Asuna. Also was heißt jetzt? Erstmal müssen wir. Äh. Hallen der Tapferkeit kaputt machen. Und dann geht es dahin. Junge. So viel zu tun. Nur noch so wenig Levels. Wir haben ja. An sich muss es ja passen. Wir haben jetzt die Hälfte der Gebiete fertig. Und die Hälfte an, äh, Level. Nö. Würde ich mal so sagen. Ach, wir müssen hier noch unsere Sachen reinsetzen. Das machen wir schnell. Bitteschön. Und. Hier. Yeah, Baby. Nice. Haben wir noch irgendwas? Ne. Wir haben nichts mehr in den Taschen. Können wir auch alles verkaufen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den richtigen Pfad wählen. Da ist er. Weil. Ich glaube nämlich. Für unsere. Andere Waffe. Für die D-Waffe haben wir noch was. Ähm. Was wir nutzen können. Hier. Sind wir einfach zu. Weit weg. Ne. So. Dann. Muss ich selber wechseln. Richtig. Spezialisierung. Verwüstung. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ob wir das alles so hinkriegen. Wie ich mir das hoffe. Yeah, Baby. So. Wo wollten wir eigentlich lang? Ich hab dort schon wieder alles vergessen. Ähm. Erhöht den verursachten Schaden von Klebe werfen. Das ist natürlich nice. Das haben wir hier verringert. Hier abends einfach mal mit der Mofu. So um 20 Sekunden. Ähm. Irgendwie war das doch. Dass man die Klebe noch mitnimmt. Weil. Das ist ja auch extrem krass. Äh. Wie. Wie der Schaden da hoch ballert. Ne. Nochmal 5%. Oder wie sieht das jetzt aus? Oh. 10%. 15% sind wir jetzt. 15% einfach mehr Schaden. Weil wir unsere Klebe werfen. Und dann noch den Dot. Oder ist das mit dem Dot gemeint? Schaden von Klebe werfen. Ich weiß es nicht ganz genau. Egal. Auf jeden Fall ballern wir. Das ist ja ein AOE-Effekt. Ähm. Dann können wir den ordentlich wegballern. Dann können wir hier eigentlich auch direkt runter gehen. Ne. Dann haben wir doch hier schon mal. Was ist das? Innerer Dämon. Chaosstoß. Hat eine Chance. Dass eure inneren Dämon entfesselt wird. Der sich auf euer Ziel stürzt. Und alle Gegner in der Nähe. Der 29% auf Schaden zufügt. Okay. Äh. Ja. Können wir einfach machen. Ne. Wir gehen einfach hier runter. So. Bam. Fertig. Das ist unser Ziel. Ob das jetzt perfekt ist oder nicht. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber. Äh. Das wäre der erste Punkt. Den wir uns freischalten können. Von daher. Passt das. Ne. Passt das. So. Wir haben. Haben wir noch irgendwie was? Nö. Haben wir halt mal einen kurzen Part. Ähm. Aber. Ist ja auch nicht das Problem. Ne. Was haben wir denn jetzt hier? Ach. Quatsch. Wir müssen nach oben. Oh. Lol. Können wir hier noch was machen? Wir sind 105. Natürlich können wir hier was machen. Wir sind alles. So. Danke. Loramus. Digga. Äh. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hab keine Ahnung. Ich hab wieder keine Ahnung. Wirbelner Neta. Gewährt euren Zugang zum Portal in den Wirbeln Neta. Wodurch ihr einen mächtigen Dämon heraufbeschwören. Ach ja. Das ist. Ähm. Äh. Wie heißt es denn? Die. Den Hinnenskin. Vom. Äh. Wie heißt es? Ach. Ich komm nicht drauf. Vom Tank. Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Geil. Da können wir ja hier immer schön farmen. Junge. Cool. Haha. So. Aber jetzt haben wir es. Jetzt sind wir soweit. Und ich würde sagen im nächsten Part sehen wir uns direkt im Dungeon. Halten der Tapferkeit. Leute. Also macht es gut. Bis bald.